Wie bei Zürcher? Nein, man darf bei euch kippen. Habe ich etwas verpasst? Äh, was? In Zürich darf man kippen? Ich dachte, es ist egal. Nur CBD? Ah, schade. Egal ob Freund oder Ex, Hauptsache, ich habe täglich ... Sex. Eine warme Mahlzeit, mein Gott. Sex. Egal ob Freund oder Ex, Hauptsache, ich habe täglich ... Sex. Eine warme Mahlzeit, um Gottes Willen. Nein, eine frische Mahlzeit natürlich, um Gottes Willen. Hauptsache, ich habe täglich ... Sex. Eine warme Mahlzeit, um Gottes Willen. Ihr denkt aber echt verdorben. Hä? Du denkst etwas verdorben, oder? Was? Ob du etwas verdorben denkst? Verdorben? Ja. Ja, ein bisschen. Ja, okay. Was hast du schon alles erlebt, dass du auf so einer schiefe Bahn geraten bist? Eine Menge. Eine Menge? Ja, ja. Erzähl ein bisschen von dir. Ah, nein, ich muss jetzt nicht sein. Du hast doch ein bisschen das harte Leben. Nein. Nein, erzähl doch du ein bisschen. Ich hatte eigentlich ein ziemlich glückliches Leben bislang. Von Basel? Ja. Kann man nicht viel erleben. Wenn es draussen ist, am Schiffen, bin ich zu Hause am ... 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